Etienne Menido ist bei uns am Montag nach dem Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim und natürlich müssen wir als erstes über dein Tor reden, denn wie gesagt, wir lagen 0 zu 1 zurück durch den Kontertreffer vom 1. FC Heidenheim und wenige Minuten später hast du dann nach einer Ecke genetzt. Erstmal das Tor aus deiner Sicht. Ja, gut, dass genau so passiert ist. Wir lagen natürlich unglücklich zurück 1-0 und ich glaube, wir hatten die Ecke auch so einstudiert, dass sie auf den ersten Pfosten kommt, verlängert dann auf den zweiten bzw. auf jeden Fall nach hinten und der Ball springt mir vor die Füße und ich mache ihn rein. So sieht's aus. Kurz und knapp, so soll's sein. Du hast allgemein gestern sehr wirklich engagiert gewirkt. Kann man sagen, dass auch deine Reise mit der Nationalmannschaft von Togo dir vielleicht so ein bisschen Auftrieb gegeben hat? Du warst ein ständiger Unruheherd gestern, aus meiner Sicht zumindest. Puh, weiß ich jetzt gar nicht, ob das jetzt irgendwie was damit zu tun hat, aber kann sein. Also wie gesagt, das waren gute Erfahrungen. Ich habe da viel mitgenommen. Ich habe da noch mal ein bisschen mal einen anderen Fußball auch gesehen und auch wahrgenommen von den Mitspielern und konnte da vielleicht auch noch was mitnehmen für das Spiel jetzt in Osnabrück jetzt. Und es hat ganz gut geklappt. Maurice haben wir eben auch gefragt, ganz grundsätzlich, wie würdest du euch als Mannschaft derzeit so in der Liga einordnen? Wir sind noch umgeschlagen. Sechs Punkte auf dem Konto nach vier Spielen. Grundsätzlich ja eigentlich, zumindest im Durchschnitt von außen betrachtet, erstmal eine recht gute Bilanz. Wie siehst du euch bisher aufgestellt? Ja, definitiv. Ist jetzt, glaube ich, noch der, ja, ist immer noch am Anfang der Saison. Deswegen kann man jetzt noch nicht so viel sagen. Aber ich glaube, dass man uns auf jeden Fall nicht unterschätzen sollte. Und ich glaube, was man vor der Saison so gelesen und gehört hat, dass viele schon gesagt haben, dass wir jetzt nicht so oben mit dabei sind oder allgemein jetzt eine wichtige Rolle in der Liga spielen. Aber wir machen das für uns aus. Und ich glaube, dass wir da auf jeden Fall einen guten Start haben. Du hast auch gestern von unserem Plan gesprochen, den wir haben sozusagen. Den will ich auch gar nicht weiter erläutern. Aber die Mannschaft hat einen Plan. Ich bin sehr gespannt, wie das diese Saison weitergehen wird. Auf jeden Fall. Jetzt schauen wir auf den kommenden Gegner. SV Darmstadt 98. Grundsätzlich eine Mannschaft, die immer schwer zu bespielen ist. Letztes Jahr ein 4 zu 0 Heimsieg gegen die Lilien und 2 zu 2 am Böllnfalltor. Was denkst du, auf was für ein Spiel können wir uns einstellen? Leider ist es ja ein Geisterspiel ohne irgendeinen Zuschauerzuspruch. Worauf jetzt ankommt gegen die Lilien aus deiner Sicht? Ja, erstmal leider, dass es ein geiles Spiel ist. Ich glaube, mit Fans ist definitiv immer besser und gerade bei uns macht das auch viel aus. Aber davon brauchen wir uns jetzt nicht irgendwie runterziehen lassen. Das ist jetzt halt so. Und ich glaube, das wird ein toughes Spiel. Also die wissen, die haben glaube ich noch eine Rechnung mit uns offen. Wir haben die letztes Jahr 4-0, wie gesagt, zu Hause auch nach Hause geschickt. Und von der, ich glaube, es wird tough. Es wird auch hart, weil es halt auch die englische Woche ist und wir jetzt halt auch gestern, ja genau, gestern dann auch gespielt haben. Aber wir müssen das Beste daraus machen und ich glaube, dass wir auf jeden Fall gewinnen können. Hast du dir persönlich was vorgenommen fürs Spiel? Ne. Gar nichts? Ne. Vielleicht noch ein Tor? Also, wäre schön. Also wie gesagt, jedes Spiel gehe ich neu an. Und natürlich, klar, nimmt man sich immer so, man geht so seine Abläufe im Kopf durch und wie das alles so laufen könnte. Und man nimmt jetzt auf jeden Fall die positive Energy mit, die man aus dem letzten Spiel jetzt dann zum Schluss noch hatte. Und wenn es dann ein Tor ist, dann ist es ein Tor. Wenn eine Vorlage ist, ist es eine Vorlage. Aber wenn es ein Sieg ist, ist es ein Sieg. Und dann ist es auch egal, wer das Tor macht. Eti, wir warten das Spiel natürlich ab. Vielen Dank für deine Zeit und gleich ein gutes Training. Danke.